Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal etwas anders. Heute ist das natürlich echtes Spiel in der Serie. Ich habe schon ein bisschen gespielt, deswegen bin ich hier auch im Arena. Man kann da halt... man kann gegen andere Spieler kämpfen und kriegt dann halt Truhen, wenn man gewinnt. Hier unten sieht man das, dann hier die Truhen da, wo unter kämpfen. Und man kann auch gratis Truhen kriegen und an sich kennt ihr, wenn ihr das Spiel Clash of Clans kennt. Es ist einfach nur eine Abwandlung. Ich zeige es euch mal in einem Trainingskampf. Das heißt, wenn ich da reingehe, ist es nicht so schlimm, wenn ich verliere und da passiert einfach nichts. Ich will es euch jetzt nochmal präsentieren. Und ja. Da haben wir das Riesenskelett gesetzt. Das macht nämlich richtig schön viel Schaden, wenn es trifft. Das hat nämlich hinten im Kasten so eine Bombe und die ist richtig nice und fresh. Und ja. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne in meinen Clan kommen. Hoffentlich, das stellt das Riesens... Oh ja, schön hat das Riesenskelett das gemacht. Ich habe hier auch noch den X-Bogen. Jetzt setzt ihr noch das Riesenskelett. Achtung, gleich wie sieht es jetzt an. Ne, schade, okay. Ich muss jetzt erstmal das machen, damit der endlich stirbt. Und jetzt ist... Ah, der hat es dumm gemacht, der Trainer. Der hat nämlich... Ähm, nicht die Bombe auf den X-Bogen, sondern auf eben diese Kacke gesetzt. Ah, jetzt ist kaputt der X-Bogen. Jetzt zeige ich euch vielleicht nochmal das Riesenskelett, wenn die Möglichkeit besteht. Ah, jetzt ist gleich weg. 4 HP, oh, was für ein Scheiße. Okay, schade, okay, aber egal. Schade, hier kommt mein Selbstmordkommando, wie es immer nennen, Pfleger. Nennen sage ich. Achtung, 3, 2, 1, 2, 3. Okay, gut, da haben wir gewonnen, aber leider nur den Trainingskampf, ja. Ich werde wahrscheinlich mit meinem Freund dann jetzt auch noch eine Runde spielen. Ähm, man kann nämlich, wenn man hier oben stehen, die Level oben links. Ähm, da bin ich jetzt schon alle Fälle, Level 6. Und wenn man in Level 3 ist, kommt man halt, kann man in den Clan kommen und wenn ihr wollt, findet ihr auch in meinen Clan. Und ja, da werden wir vielleicht jetzt gleich ein Testspiel machen. Wir sehen uns. So, was ich euch noch zeigen wollte, da sind wir wieder zurück. Was ich euch noch zeigen wollte, man kann hier das Deck kopieren. Man kann da drauf gehen und dann könnte man das Deck eigentlich kopieren, aber er hat Karten, die ich nicht habe. Und ja, jetzt werde ich mal mit meinem Freund spielen. Da kann man so ein Testspiel spielen. In welchem Zauber, äh, wollen wir, in welcher Arena wollen wir spielen, Lukas? Ähm. Oder Rexyman? Ist mir egal, suche aus. Okay, dann da. Hau rin. In dem Aller. Aller. So, dann machen wir zuerst mal das. Das ist unmöglich, unmöglich. Ich habe keinen Kanal noch nie ausprobiert. Leck mich. Nee. Ich setze Wutzauber jetzt auch als Gegenabwehr. Wir machen gerade irgendwie so eine Challenge. Ja, was setzt du Wutzauber? Und du zerstörst ernsthaft meine Kanone. Ich habe noch Tesla. Bitte, bitte hör kurz auf. Mann, du Schwanz. Wieso ist mein Hog Rider Level 7? Oh, kacke, das ist jetzt ernsthaft, den Hog Rider so richtig. Ja, ich weiß gar nicht mal, wie ich den upgradeet habe. All. Und wann, hä? Das macht für mich gerade null Sinn. Und. Oh, mein Knall ist so schön. Ich hasse. Mann. Wieso hast du so... Meine Kanone ist Level 9? Was? Ja, guck. Guck es dir an. All der Klamm. Siehst du es? Da. Inferno-Turm gegen Inferno-Turm. Das ist jetzt Wut. Ich habe deinen gesäbt. Gesäbt? Ernsthaft? Ja. Jetzt kommt meine Pfeile. Die Pfeile des Grauen. Das interessiert mich. Denn zack, Alter. Ach. Frechheit. Wie gehört sich das? Richtig ins Mull. Halt, der leckt meinen Mull. Die Kanonen müssen weg. Mann, geh nicht auf meine Kanonen. Das ist scheiße. Mann. Verdammte Kacke. Du Opfer. Wieder. Lass dich kommen. Du belassen. Ich mach dich jetzt alle. Sitz auf meinen Turm, Wutz, aber... Scheiße. Ich zapp den jetzt bitte. Mann, schlächt mich. Mann, hör auf mit deiner Scheiße. Jetzt kriegt mich noch. Du bist ein Wichser. One HP, Alter. Alles klar, Alter. Du musst mich Wut setzen, Alter. Du bist schon im Kopf. Du bist ein Wichser. Wirklich. Das ist richtig hart. Ich habe am Schluss nur noch eine Trinkenkombin. Ja, leck mich. Normal. Ich krepier wieder. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Verdammte Scheiße. Jetzt habe ich stehen. Zerstell, verdammte Kacke. Warte, warte, ich... Alter. Warte kurz. Jetzt kommt's. Warte, du musst dann lesen, was unter dem Testspiel steht. Das drückt doch nicht sofort drauf, okay? Ja, ja. Ich sehe es nicht. Na, was steht da? Ich habe Müsset. Müsset? Ernsthaft? Dann kommt wieder in die Kommentare. Aber das ist doch... Geht doch nicht. Was bist du dringend, Anna? Der Rexman, der fickt mich so. Was mache ich? Ich beginne gerade im Marathon. Ach, wo? Du hast den Deck gewechselt. Nein, ich habe es geändert. Du... Mein Prinz ist Level 4. Yo, Digga. Das wusste ich gar nicht. Alter, mal sehen, ob es den Knall... Oh, den Knall bewirkt sogar. Schlecht mich. Er war noch nicht drin. Kacke, er schafft nicht mal ein... Oh, er schafft einen. Boah, du Schummler, Alter. Nichts, du Schummler, Alter. Dein Deck ist viel höher als meins. Von den Leveln her. Achtung. Ich will dich aber auch mit meinem spielen, Alter. Ja, komm, mit deinem... Alter, guck mal. Du machst mich mit einem Schuss down. Und? Junge, weißt du überhaupt... Alter, guck mal, guck mal jetzt drauf. Ja, jetzt ist nichts mehr zum Gucken. Ja, ich weiß, der war daneben, gell? Schade, Inferno-Turm würde dich so wegbrutzeln. Inferno gegen Inferno. Leck mich. Alter, meiner ist Level 7. Kanone Level 9. Puff. Puffi, ich liebe Puffi. Kennt ihr von GLP eigentlich Puffi? Der ist doch süß. Ein kleiner, niedlicher, süßer Frotz. Oh, die Katze. Rosmi, Katzebär. Rosi. Hopp. Hopp. Kannst du sie hochheben? Nein. Aber ich will, dass sie kommt. So, ich hab ja schon... Ja, da bist du eine Feine. Warte. Du kannst dich jetzt hindenken. Man verarscht mich. Inferno gegen Inferno. Das mach ich dann alle, oder? Eigentlich wollte ich grad Blitz setzen. Dass die kleine, niedliche, süße Katze wieder wögt. Aber guck mal, du ziehst mir fast 100 Schaden ab mit dieser Kacke. Leck mich doch. Also richtig. Ich hab mich selber gebesit. Ich glaub, das gewinne ich diesmal. Ja, ich hatte vorher keine Chance. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Alter, du hast noch gesackt? Ja, du hast noch gesackt. Hallo. Hallo. Die Arme macht ihr hier so früh. Du hast es auch gesehen.